zu meinem Let's Play heute spielen wir Minecraft eine neue Welt nehmen wir sie mal mein so wie ein Modus so wie ein Modus ein paar Bäume da hinten so wie ein Modus die so wir brauchen ja ein bisschen Holz zum abbauen aufbauen so gut so 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 jetzt jetzt haben wir schon ein bisschen Holz jetzt können wir auch schon etwas bauen und am besten am besten ein bisschen hier ein bisschen hier so gut und nun craften craften wir so hoppla na gut so 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 jetzt haben wir schon einiges gebaut oder einiges geholt vielleicht da noch ein bisschen Birkenholz so 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 ein bisschen hier noch abcraften und dann jetzt haben wir es gleich gut gut jetzt jetzt können wir auch schon mal los bauen am besten am besten bauen wir am besten bauen wir hier ein Holz äh ein Haus und jetzt müssen wir craften hoppla gut craften wir aber wie will man das craften das ist noch nicht so bekannt und ah jetzt leh gut jetzt können wir hier auch schon ein Haus bauen und zwar aus den Steinen hier und zwar aus den Steinen hier aus den Steinen Gut. Jetzt war es auch schon dunkel. Jetzt war es auch schon. Jetzt war es auch schon dunkel. Boah, was soll der Scheiß? Wieder weg. So. Der Umriss haben wir schon und der Rest zeigen wir euch dann ein anderes Mal. Bis bald. Ciao Leute. So.